So, ich bin jetzt unterhalb vom Gritschol, aber die Abfahrt war nicht besonders gut. Und ich möchte euch mal einen kurzen Überblick geben, wie es jetzt ausschaut. Einen kurzen Überblick. Also das müsste irgendwie oben sein. Das ist der Blick Richtung Westen. Ich stehe jetzt komplett im Whiteout, ich weiß eigentlich gar nicht mehr wohin. Und ich habe jetzt eigentlich beschlossen, dass ich runterfahre, weil so macht es keinen Sinn. Weil eigentlich die Gefahr zu groß ist, dass ich irgendwo hinkomme und dann, dass man vielleicht wo hinten runterfährt oder was. Aber das bringt nichts. Ich werde jetzt die Aktion einfach abbrechen. Und jetzt bin ich fertig. Es ist für mich zu gefährlich. Gut, danke. Bis später. Ciao.